Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Es ist ein Informationsvideo über mein Schnittprogramm. Falls ihr irgendein Schnittprogramm wisst, wo auf Windows 10 läuft, aber bloß nicht Movie Maker, weil es funktioniert nicht bei mir, bitte schreibt es alle in die Kommentare, denn ansonsten könnte ich nur diese langweilige scheiß One-Taker hier bringen und darauf hätte ich echt gar keinen Bock. Ich hätte eigentlich schon eine Folge aufgenommen, aber für morgen, aber das läuft nicht so ganz mit meinem Schnittprogramm und das musste ich deswegen wieder runterwerfen. Naja, schade drum, aber ich hätte es gern geschnitten und falls ihr motiviert seid, mir hier zu helfen, schreibt es alles in die Kommentare. Windows 10 kostenlos, nicht Movie Maker. So, danke an euch, treue Community-Leute, die das unter reinschreiben von drei Abonnenten bisher. Und, ja. Und falls euch das Video gefallen hat oder falls ihr mir helfen könnt, lasst doch bitte eine Bewertung da. Und ansonsten wieder schauen und reingehauen.